Frischbeton zum selber zapfen und mitnehmen. Den gibt es an der Mikromix Betontankstelle. Die Idee. Kleinabnehmer werden zeitsparend mit Beton für unbewährte Bauteile im SB-Betrieb bedient. Am Verkaufstresen wählt der Kunde zwischen 8 Betonsorten und verschiedenen Mengen. Er erhält eine Chipkarte mit allen Informationen über das gewählte Betongemisch. Nachdem er sein Transportgefäß unter das Transportlaufband gestellt hat, gibt er die Chipkarte in den Kartenleser. Die Mikrobetonanlage mischt die richtige Menge Beton und transportiert diesen per Gurtbandförderer zum Gefäß. Besonders zeitsparend ist Mikromix für Profi-Kleinabnehmer von Bord- oder Pflastersteinen, da zusätzliche Fahrtzeiten in Betonwerke wegfallen. Dank Verzögerer hat der Kunde genug Zeit für Transport und Verarbeitung. Die Betontankstelle ist mobil und kann kurzfristig den Standort wechseln. Seit 2001 können Sie sich an über 80 Standorten in Deutschland und Europa von der Qualität der Mikromix-Beton-Tankstellen überzeugen.